R-E-W-R-M-S-I-D-W S-I-R-S-I-D-W BASCHIER Leute, was geht? Willkommen zu einer wunderschönen Runde von Fortnite. Mit dabei sind heute Hauptner. Hi. Und Beni. Hallo. Und Freddy. Ja, schön. Und zu dritt sind das die Three Epic Buddies. Hallo. Freddy, hau. Ich jetzt nicht so. Okay, schade. Freddy gehört also nicht dazu. Ja, Leute, wir werden heute gemeinsam den ersten... Bin am Tinder. Freddy, komm jetzt. Also, ich muss mich gerade nochmal dazu. Es gibt noch eine Folge von Freddy in der Beschreibung verlinkt, sag ich mal. Ähm, in der Folge hatte ich gelinde gesagt Probleme mit meinem Mobilfond. Ähm, es ist... Es passiert ja in der Aufnahme. Ist egal. Es passiert ja in der Aufnahme. Freddy, sag jetzt mal, wo gehen wir runter. Ganz ehrlich, die Bodies sind die krassesten Spieler nach Montana Black und Upper Red. Kann das sein? Nee, ist nicht. Oh, hau. Hallo. Hallo, hau. Glockenuhren. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der ist vor dir in der Kiste. Ich bin da schon in der Kiste. Meine Kiste. Ich boxe ihn tot. Ich hau ihn tot. Ich hau ihn tot. Stirb. 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 Ha, ha. Er ist gestorben. Nice. Du hast einen Kill gemacht. Läuft bei dir. Hallo, nimm sie im Gaming. Über dir. Über dir. Hä? Was? Ich will die Minigun nicht, Alter. Die ist so reudig. Achtung. Warte. Wir helfen euch. Nice. Läuft doch bei euch. Mir ist auch egal. Ganz ehrlich, Alter. Mir reicht es jetzt. Nee, ganz ehrlich. Achtung. Benny, hast du noch Minigun-Munition? Oh Gott. Hab ich vorne hier gedroppt. Siehst du die? 1, 6, 5. Ah, um die Ecke. Was? Benny. Oh, no. Ja, da ist ein Gegner. Benny, nee. Nein, Benny, nein. Nein, nein. Nein. Oh nein, Leute. Oh nein. Auf nach Regeln alleine, wie immer. Ihr seid wie immer scheiße, Mann. Hey, ich hab einen Kill gemacht mit der Minigun. Und dann ist mir die Munition ausgegangen. Was soll ich machen? Ja, unten unter die... Der Typ mit der Pistole. Der Typ mit der Pistole, Alter. Richtiger Tryhardt. Da ist noch eine goldene Waffe. Nimm dir die. Nicht hier. War ein bisschen knapp, Alter. Du bist so ein richtiger Wichser, Alter. Wie er so spielt. Er ist so ein richtiges Arschloch, Alter. Feier ich. Kann ich mal aufhören. Wie du pushst, Alter. Wie du pushst, Hauptmann. Wie du pushst. Was ist jetzt? Der Wallag schlägt aus? Was passiert gerade? A-Bot. Hauptmann, das M-Bot schlägt aus, Alter. Was ist los? Er dreht sich gleich. Gibt nur noch Headshots. Ne, das ist eine geile Runde für uns drei, oder? Was war es zum Zugucken, oder? Ja, stopp. Auf jeden Fall. Super. Bei dir im Haus ist einer drin. Hast du gehört, ne? Ja, Dingo liegt ja. Finishing. Ja, warte. Richtiger Assi, Alter. Junge, was ist das hier? Der Junge cheatet doch rein. Guck mal, das ist der Autismus pur. Er hat ihn eingebaut. Er hat ihn eingesperrt, einfach. Finishing. Let's go. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade, Leute? Ich reakte einfach nur noch. Ich spiel gar nicht mehr mit. AAAAAAAA! Was geschieht? Was geschieht? Was passiert? Oh mein Gott. Alles klar. Er baut sich eine Tür rein. Warum nicht? Alles klar, chillen. Du musst jetzt gerade noch mal ein bisschen Code neu konfigurieren. Ne, ne, ne. Okay, der Aim-Bot, der zuckt schon wieder. Er zuckt schon wieder. Wenn man genau hinguckt. Da, er geht schon wieder los. Der hat irgendwann ein Detekted. Der hat irgendwann ein Detekted. Ja. Wie viele Kills hast du jetzt? 7. Ja. So viel, so eine hohe Zahl kenne ich nicht mal. Was ist das? Hast du noch ein paar Geheimkisten oder so, die du uns zeigen kannst? Ja, warte, warte, warte. Noch safe nicht gelootet worden. Die in dem LKW kenne ich. Ja, nicht die, die ist ja nicht geheim. Doch, die ist saugeheim. Ich muss kurz mal weg. Ihr klärt das ohne mich, okay? Ja, ja. Was ist denn jetzt bei dir los? Sorry, ich hab auch ein Problem. Tinder-Kotter. Wie, du hast auch ein Problem jetzt? Der Tinder-Kotter wurde gehackt. Sie ist unten im Klo. Unten im Klo. Ja, sorry. Ein bisschen rausgehen, Hauptmann. Wäre auch mal ganz nice. Hier, schlürfst du halt, Alter. Gönn dir. Sie ist unten im Klo. Und sie ist einfach im Klo. Was ist bei ihm los, Alter? Ja, wie gesagt, ist halt der Aim-Bot, ne? Aim-Bot, Warl-Hack, Alter. Alles drehe. Alle ist am Start bei mir. Es ist so dreist. Es ist so dreist. Die ganzen geheimen. Oh, ja, genau. Ach so. Genau. Alles klar. Jetzt wird's. Er hat sie liegen gelassen. Hauptmann, du hast sie liegen gelassen. Oh, shit. Die liegt im Hintergrund. Ja, Leute. Da hat der Hack mal die Teammates mal besser als der Hack. Guck mal, dein Wasser ist einer. Siehst du den nicht, Benni? Ja. Herr Hauptmann. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Du, da will ich jetzt auch gar keine Fragen mehr stellen. Sondern, also, ich bin wieder. Ne? Ja. Es ist relativ offensichtlich, was hier gerade geschieht, liebe Damen und Herren. Aber auch ganz schamlos durchgespielt, einfach, ne? Ja. Ist ihm egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Hallo, ihr wolltet einen Win, jetzt bekommt ihr den Win. Ja, wenn du das gewinnst, dann, ich schwöre dir, dann nenne ich dich nur noch Fetty Fettsack, nicht mehr Fetty Mac Fettsack. Boah, Alter, heftige Ansage, Freddy. Oh, Alter. Okay, ist ein Opfer. Alter, Freddy, oh, oh. Hauptsache noch, wie so ein aufmerksames Geiler. Da unter dir, rechts unter dir, rechts unter dir. Ja, 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 lass den ruhig höher kommen. Oh. 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 Hallo. Ja, warte, die Wand nicht, ich bin broke. Ha, um die Ecke. Komm schon, cheat rein, cheat rein, so wie immer. Als ob, alles klar. Nein, ich, hallo. Das war mal wieder unglaubwürdig des Todes. Der letzte Kill, der letzte Kill mal wieder. Ja, gut. So, Leute, weiter geht's mit Runde Nummer zwei. Benni oder Beni, ach, keiner ist mir auch echt egal, ist gerade, glaube ich, ein Rundum-s-Haus-Deppen und dementsprechend, Leute, werden wir jetzt einfach zusammen mit Hacker Hauptner gewinnen. Ein wenig jetzt das Game einfach hier gewinnen, Leute. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine gottverdammte Motivation ist, nachdem ich da eben gesehen habe, wie schon wieder in diesem Spiel geteatet wird, einfach echt am Boden. Hauptner, kurze Stellungnahme zu dem Ganzen. Äh, 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 äh. Ja, proud, proud Hacker, würde ich sagen, an der Stelle auf jeden Fall. Die beiden Häuser, ne? Ja, die beiden. Oh, da ist der Fritzlkeller wieder, ne? Oh, Alter, Junge. Ey, was denn? Der ist einfach... Der ist der Fritzlkeller. Ja, genau der. Oh, der blaue Schrotflinte. Lecker. Der ist einfach absolut gar nichts. Okay, wir lassen mal rüber zum Feld gehen, zum Feld geradeaus. Da sind auch noch Waffen. Hauptner. Ja, und dann zu den, die ich markiert habe, zu den Häusern. Guck, die Sachen bringen Holz. Hauptner hat eine richtige Lootroute hier entwickelt, Alter. Oder hat er vielleicht wieder sein ESP an, wo er sieht, was gelootet werden kann? Man weiß es nicht. Alter, Alter, Alter. Warte, warte, warte. Ja, gegeben. Okay, okay, okay. Der ist tot, der ist tot. Geht ab. Okay, okay, okay. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Habe ich, hab ich, hab ich. Okay, alles down, alles down, alles down. Hab ich, hab ich, hab ich. So, ich sortiere mal ganz mein Inventory hier. Ja, bis jetzt, also ich bin halt mit blauen Waffen bestückt. Das ist ganz okay, glaube ich, ne? Ich hab ne Ska. Ja, dann kannst du doch einfach mal das Maul halten. Gehen wir geradeaus weiter zu den anderen Häusern, oder Hauptner? Genau. Wie nennt man diese Lootroute? Langweilig? Ja, genau. Die Save-Win-Lootroute. Extrem geil. Der gewinnt sogar Leute wie du. Ah, okay, nice. Ich hab mal hier zwei Mini-Shelder für dich. Keine Ahnung. Wir sind aus dem Keller, also ich würd's nicht unbedingt anpassen. Freddy, trink das nicht aus dem Keller von dem Mann. Äh, nehm uns, Osten, im Ohr, im Loch. Sehr gut, ich seh nichts mehr. Irgendwann hat die Smogronnets gemacht. In nem Weglaufen. Beim Junge! Habt ihr das gesehen? Und da sagt man, ich hätt kein Aim. Ja gut, das war auch echt grad der Aim-Bot von Hauptner. Junge, wie wir die rasiert haben. Hauptner und Revi. Das sind zwei coole Spieler. Freddy ist auch dabei, aber der macht viele Keeler. Hey, das ist mein Loot, hallo, den hab ich getötet. Och, Mann, nö, da hol ich mir jetzt den anderen, okay. Die dachten sich jetzt auch, ich mach die Safe-Route, Alter. Und dann, haha, ja, dann kommen nämlich von hinten die Frack-Granaten. Boom. Ende. Wo, dann? Komm mal her, komm mal wieder hoch, komm mal wieder hoch. Ja, ich seh's, ich seh's. Ey, wir werden doch gerade abgeschossen, wir werden doch gerade abgeschossen von dem Gegenüber. Eine ist gedaunt. Ah, das ging mal wieder sehr schnell. Verdächtigerweise sehr schnell. Ja, ja, alles easy. Wo? Wo? Da hinten, Nordwesten. Da sind weglaufen, er rennt weg. Ist der hier in das Haus rein? Mr. Larry! Nee, hier ist nichts mehr. Also, der ist auf jeden Fall nicht hier. Doch, hier! Wo? Wo war der? Unter der Treppe. Unter der Treppe hing er? Reudion. Ich glaub, halt im Süden sind noch Leute auf dem Berg, ne? Direkt Richtung SW, SW. Hier gehen wir einmal nach oben und holen uns jetzt alle Kills. Weil wir sind ein Squad und haben eine Menge Spaß. Und sind auch und freundschaftlich. Wir rennen außerhalb der Zone, total schwachsinnig. Ich glaub, wir sind komplett geistig behämmert. Da vor uns liegt eine Menge Loot und da baut jemand eine Mauer und den töten wir jetzt. Geil. Da vorne ist auch ein Loot-Drop, Jungs, ne? Ich tagge den mal ganz kurz, damit ich sehe, wenn der geöffnet ist. Ja, warte, ballert zuerst die Gegner ab. Einer ist gedownt. Erstmal schön sein Mate abballern. Ballert drauf einfach. Immer weiter draufballern. Nicht aufhören. Ich hab nicht so viel Muni mehr. Oben auf dem Berg sind ihre Mates, seht ihr die? Ich hab noch einen niedergestreckt. Also einer von denen hinten ist niedergestreckt. Die wird jetzt sterben durch die Zone. Ah, oben auf dem Ding hab ich gesehen, ja. Ja, ja. Okay, Zone kommt aber jetzt zu uns. Ja, lass in die Zone laufen. Ja, das war natürlich jetzt ein geiles Play. Da kommt der andere. Genockt. Weiter oben kommt sein Mate. Soll ich in die Zone gehen, die kurz looten oder nicht? Äh, warte, lass zuerst den da oben holen. Also der Typ ist down, der Typ ist down. Der andere ist auch down, nice. Ja, okay. Genau, alles drin. Freddy, wie viele Kills hast du schon? Ein. Ich auch, leider nur. Und wie viel hast du Hauptnacht, 95? Fünf. Sollen wir auf die Gäste? Fünf! Ich hab keine Muni mehr, ich hab keinen Schuss mehr. Was ist denn der AR-Muni? Ach, jetzt hier. Mitterein. Und Z drücken. Da, 102 für dich. Der eine hat Hit mit dem, ähm, mit einem Sniper. Bam, Junge! Ich hab ihn niedergestreckt mit einem Sniper-Schuss. Nice, drauf, 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 drauf. Ja, komm, lass pushen, oder? Ja, ja, ja. Immer schön draufballern. Ich darf jetzt keine Zeit zum Reviven haben. Nice, er muss weg. Wir gehen in die Zone, kommt mit, und da warten wir auf die. Aber der... Keiner rennt, ist da. Ja, mein, einer, meiner ist tot, meiner ist tot. Sehr schön, Jungs. Sehr schönes Play. Wir holen uns den Loom doch noch. War aber auch ein geiler Sniper-Schuss von mir. Kann man nicht anders sagen, ne? Ja, das ist nice. War schon extrem stark. Er macht einfach nix, er gibt auf. Er wollte, glaub ich, viel zu langsam bauen, oder? Ja. Wir holen uns dieser Playdrops, auf geht's. Ja, das sollte ja machbar sein, Hauptner, oder? Ja, schaffen wir. Das Hauptner den Typen auch gerade wieder weggeheckt hat, dass er stehen geblieben ist, ne? Ja, extra für dich, damit du mal gewinnst, weißt du? Oh, darf ich die Ska, bitte? Och, Mann, oh. Ich hab noch aufgemacht. Danke. Links von uns, links von uns Schüsse. Da oben, da oben, da oben. Äh, 330 NW. NW? Ja, ja. Au, das war ein knappes Ding. Das war ein knappes Ding, Jungs. Ich würde sagen, wir warten, bis die in die Zone kommen. Wir pushen die jetzt nicht. Hauptner, darf ich reinkommen, Hauptner? Nee. Bitte. Nee. Ich hab auch eine Tür reingemacht. Hallo, Hauptner, guten Tag. Egal. Ja, toll. Bringt mir gar nichts, Alter. Ja, er hat einen Hit. Ich hab einen richtig krank gehittet. Ich hab einen richtig krank gehittet. Ihr Mate pusht vor, ihr Mate pusht vor, ihr Mate pusht vor. Ja, ja. Über den Berg gerade. Oh, shit. Oh, er ist down. Mate is down. Nice one. Warte, 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 wir snipen sie. Wir snipen sie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, easy. Dann lass es pushen, oder? Pass auf, warte. Warte, ich nehme Deckung weg. Die wollen jetzt retten. Alle Werte. Warte, er piekt immer von ganz oben. Warte, es muss aber noch ein dritter sein, irgendwo. Ja, der ist solo wahrscheinlich. Der versteckt sich in einem Busch, oder so. Hier unten ist es auch unten. Ja, was machen die jetzt, ne? Ja, die kommen jetzt. Die werden wahrscheinlich direkt in die Zone gehen. Entweder kommen die über links, oder rechts? Ja, links. Bam, Jürgen! Gegeben, Alter. Larry, Alter. Oh, das sind die letzten zwei. Ja, 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 ja. Sein Mate läuft da noch rum. Oh, der hat er gerade gebaut, Alter. Einer ist genockt von denen. Nicht nur mehr einer. Ja, Mann. Da ist der Ding. Sehr schön, Jungs. Drei Kills leider nur. Wie viel hast du, Hauptner? 19? Zehn. Zehn, ja. Freddy, du? Elf. Ja, Freddy, sei ehrlich. Elf. Ja, gut. Alles klar, Leute. Das war es von dieser wunderschönen Runde. Freddy hat auf jeden Fall keine elf Kills. Leute, ihr habt es mitbekommen. Was? Bei den Two Epic Bodies wäre ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger in nächster Zeit. Die hacken auf jeden Fall. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe gerade auch ein bisschen reingecheatet. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Sniper-Shots, die ich da gelandet habe, war schon echt. Unmenschlich. Schaut auf jeden Fall bei den Two Epic Bodies vorbei. Auf Kardan an der Stelle. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da checkt auf jeden Fall die Kanäle von den Boys aus. Und ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Macht's gut, alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.